Ich bin hier bei meiner Freundin Soni. Sie macht Kaffee. Hallo Soni. Der wird in ihrem Dorf in Kini hergestellt und sie röstet ihn selber in Kaltenkirchen und verkauft ihn hier auf dem Markt. Hier gibt es vor allem ganz viele Gartensachen zu sehen. Hier gibt es Honig. Das ist Ludmilla. Sie verkauft einen wirklich schönen Honig hier auf dem Markt. Hallo Ludmilla. Jetzt gehe ich mit euch mal runter zur Mühle. Ganz viel Gartendeko. Davon haben wir auch schon ein paar Sachen bei uns im Garten stehen. Es ist wirklich schön hier mit der alten Mühle im Hintergrund. Und dann noch das tolle Wetter. Der Mühlteich. Hier überall kleine Stände. Hier gibt es eine Menge zu sehen. So, hier bin ich bei Knut und Susanne von Würzwelt. Hier gibt es ganz viele Gewürze. Guten Morgen Susanne. Und am Mittag.